Die DRV News vom 16. August 2024. Säule 2. Bis zu 25 Städte wollen Cannabisabgabe beantragen. Berlin will sich lächerlich machen. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk Store Shop. Herzlich Willkommen bei den DRV News. Ich bin ein bisschen matt. Ich hoffe, euch ist auch so schön warm wie mir. Ist was heiß gerade. Aber es gibt erstaunlich interessante Nachrichten für mitten im Sommerloch, was ihr sicherlich am Titel dieser Ausgabe erkannt habt. Aber vorher erzähle ich natürlich wie immer ein paar andere Sachen. Erstens haben wir weitere Videos von der Cannabis-Normalkonferenz hier im Kanal online. Und zwar ist es diesmal die Session Dumpen-Rezepte, Werbe-Kiff-Rep und Krypto-Investments, die sich sehr schön anschließt an die Diskussion um Telemedizin, wo wir ja auch schon eine sehr interessante Folge hochgeladen haben dazu, beziehungsweise eben die Session. Haben viele von euch auch schon gesehen. Die haben ja erstaunlich hohe Reichweiten auch, was angemessen ist, weil da tolle Diskussionen sind zum Teil. Und da schließt halt jetzt nochmal Micha Greif an, an diese Geschichte. Und dann haben wir noch einen weiteren grundsätzlichen CSC-Session, einen Session. Und zwar diesmal Strukturen, Erwartungen und Herausforderungen, vor allen Dingen mit denjenigen, die schon lange CSCs betrieben haben, auch schon zum großen Teil vor der Gesetzesänderung und vor der Ampelregierung, die eben für die Idee geworben haben. Zum Beispiel Andreas Gerholt aus Hamburg und Henry Wieke aus Hannover, die eben da schon alte Recken sind. Und die halt auch nach den ganzen Leuten, die sich da als Anwälte damit befassen, jetzt eben nachts seit der Ampelregierung oder auch als Gartenanbaut-Technik-Zubehör-Superspezialisten, eben nochmal die zu Wort kommen, sozusagen auch die so ein bisschen traditioneller rangehen. Thema, auch interessant, nehme ich an, die habe ich noch nicht gesehen. Und dann habe ich noch in der Videobeschreibung ein Interview verlinkt mit der Deutschen Welle und mir, das sehr schön war, weil ich mal ausreden konnte. Die wurde also ausgiebig befragt und das glaube ich 20 Minuten lang ungefähr insgesamt, nach einem kleinen Einspieler von zwei, drei Minuten. Und ja, das ist glaube ich auch sehenswert, hat auch schon relativ viele Views und schadet auch sicher nicht, wenn die Deutsche Welle sieht, wie gut so ein Video abgeht, wenn sie sich mit dem Thema Cannabis befassen und jemanden wie mich einladen. Insofern, auch deswegen lohnt es sich, da mal reinzugucken und ein Like da zu lassen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und das Ganze gilt auch noch für die nächste Nachricht, die eine sehr kleine Zielgruppe hat in dem Fall. In eigener Sache, wir haben jetzt einen eigenen Tarif für Anbauvereine mit Betriebsgenehmigungen. Ja, also bis jetzt wenden wir uns nur an irgendwie acht Vereine in Niedersachsen damit. Und wir wollen auch nicht als Dachverband auftreten oder irgendwelche individuellen Beratungsleistungen machen. Ja, das will ich gleich vorweg schicken, bevor jetzt da irgendwie alle acht Mitglied werden sozusagen und uns dann löchelnden Bauch fragen von wegen, wie sollen wir jetzt irgendwie mit dieser und jener Frage bei der Anbaugenehmigung umgehen oder was für Lüfter würdet ihr empfehlen oder so. Ja, das machen wir nicht, sondern dafür sind eben Dachverbände da. Wir kümmern uns aber natürlich trotzdem um die CSCs, weil sie auch im Sinne der Konsumenten natürlich sinnvoll sind und weil wir möglichst viele funktionierende CSCs haben wollen und eben auch dazu beigetragen haben, dass sie gekommen sind, versucht haben, dass sie möglichst vernünftig aufgestellt sind, was natürlich nur halb gelungen ist, sag ich mal. Aber auch weiterhin dafür kämpfen werden, eben diese Unzulänglichkeiten, die jetzt noch im Gesetz drin sind, eben auch wieder loszuwerden. Insofern, ja, die Vereine, die dafür uns mit 150 Euro im Jahr unterstützen wollen, netto, können sich da jetzt gerne anmelden, aber nur, wenn sie eine Betriebsgenehmigung haben, weil dann bekommen sie auch unsere eigene Liste von Anbauvereinen, wo wir dann eben nicht mehr prüfen müssen, ist das jetzt seriös oder nicht. Da gibt es ja irgendwie tausend Abstufungen und auch, wie weit die jetzt sind und so weiter, ja. Und da werden dann eben nur welche auftauchen, die eine Beschreibstgenehmigung haben. Vielleicht dauert es auch eine Weile, bis der erste da ist, aber hier jetzt jedenfalls nur ein erster eigener Sache oder Hinweis, das gibt es jetzt. Dann kommen wir noch zum kleinen Rückblick zur Hanfparade. Die war genau so groß wie sonst auch immer, auf jeden Fall nicht größer. Denken wir jetzt so nachher einmal drüber gucken. Wir haben auch viel rumspekuliert vorher, ja, wird jetzt noch größer die Bewegung, weil die Leute keine Angst mehr haben, zu einer Demo zu gehen. Das war für viele mal der Grund, nicht hinzugehen, ja, weil sie Angst vor Polizeikontrollen hatten, irgendwie da vor Ort oder eben auch davor, dass ihr Gesicht vielleicht an der Tagesschau auftaucht oder in einer Zeitung oder so auf dem Bild und da nicht mehr identifiziert werden wollten und irgendwie plötzlich vom Chef angesprochen werden oder so. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Jedenfalls nicht juristisch oder irgendwie Strafverfahren war nichts mehr zu erwarten, war die erste Parade in den neuen Zeiten der Legalisierung oder der Entkriminalisierung natürlich, besser gesagt, wo jedenfalls die Teilnehmer der Parade völlig unbehelligt und ungestört konsumieren konnten. Und andererseits selber bei vielen jetzt vielleicht auch ein bisschen die Motivation raus, ja, warum geht man überhaupt noch zu so einer Demo, ja, ich habe ja jetzt alles, was ich brauche, ich werde nicht mehr verfolgt, da denken vielleicht auch manche. Letztendlich war es genauso wie immer und wie immer gute Stimmung, viele Redner, gutes Wetter, hat Spaß gemacht, ja, das war insofern wieder inspirierend und motivierend und ein angenehmes Event, viele Leute wieder treffen und so weiter, gerne wieder und wir haben auch immer noch zu tun. Das war auch Teil meiner Rede, ja, warum noch zu tun ist. Und insofern der erste Hinweis jetzt auf einen Mitschnitt in der Videobeschreibung verlinkt zu allen Reden der Hanfparade, alle zusammengeschnitten irgendwie und da steht dann auch dabei, wann die Reden mit Zeitmarke in diesem Video sind von mir und von meinen beiden Kollegen Furian Rüster und Konstantin Koch haben auch Reden gehalten auf der Hanfparade und da steht dann auch bei, wo die dann zu finden sind. Dann habe ich noch einen Hinweis auf ein Interview mit Radio 1, was ich ja morgen der Hanfparade gemacht habe, innen auch mit Bezug auf die Hanfparade, verlinke ich euch auch noch und noch einen TV-Bericht vom rbb und ansonsten haben wir, glaube ich, auch eigene Bilder, oder? Wir haben ja zum Einblenden, hast du gesagt, naja, dann zeigen wir euch jetzt auch noch ein bisschen, was wir selber gefilmt haben oder Martin gefilmt hat. Bis zum nächsten Mal. So, ja, schöne Bilder, schöner Spaß. Jetzt kommen wir aber zur Nachricht dieser Ausgabe, Breaking News sozusagen, Säule 2. Sie lebt doch, sie bewegt sich doch. Das war ja die entscheidende Frage sozusagen, wird die Ampel gehen und das noch schaffen, irgendwelche Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe auf die Straße zu kriegen, bevor diese Legislatur zu Ende ist, bevor vielleicht ein Kanzler im März irgendwie versuchen will, wieder alles zurückzudrehen und so weiter. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil bis jetzt sehen da alle quer durch die Bank, auch von den Gegnern bis hin zu den Befürwortern der ganzen Liberalisierung, sehen eben, das ist eine halbe Sache. Es gibt keinen legalen Zugang zu Cannabis. Ist auch klar, dass der nicht mehr komplett geben wird. Und Fachgeschäfte für alle sind ja schon vor zwei Jahren abgesagt worden, bald, oder anderthalb. Aber Säule 2 war als Modellprojekt immer noch angesagt, dass das noch kommt. Und das, was jetzt eben gewesen ist sozusagen mit dem Cannabis-Gesetz, erst der erste Teil der Reform war. Und jetzt war natürlich Zeit für den zweiten Teil. Ich fasse mal kurz zusammen, ein paar Wochen habe ich jetzt nicht drüber gesprochen. Es ist ein bisschen unklar gewesen zuletzt oder wird immer noch diskutiert, ob jetzt für diese Modellprojekte ein Forschungsparagraf im schon existierenden Cannabis-Gesetz genutzt wird, in dem steht, wer aus wissenschaftlichen Gründen mit Cannabis umgehen will, Handel betreiben will, braucht eine Genehmigung von einer Behörde, die das Landwirtschaftsministerium noch bestimmen muss. Oder es gibt noch ein eigenes Gesetz für Säule 2, wo das alles viel ausführlicher auseinandergedröselt ist und eben dann eben auch rechtssicherer und auch ein bisschen märzsicherer, sag ich mal, vielleicht auch aufgestellt wäre, aber eben die Zeit jetzt wegrennt. Das wäre jetzt schon sehr, sehr eng und sehr knapp und wir haben noch keine Zeile von irgendeinem Gesetzentwurf dazu gesehen. So, in diese Situation rein knallt jetzt die Nachricht, dass es eine Koordination gibt von diversen Städten, relativ viele Städte offensichtlich, bis zu 25 Städte ist die Rede davon, die sich koordinieren lassen von einem Verein, Cannabis-Forschung Deutschland, von dem auch noch nie jemand was gehört hat, der auch kein Internetauftritt hat. und ja, scheinbar so ein, sich zusammensetzt aus einem engagierten Schweizer, die Schweizer haben ja auch schon Modellprojekte, der eben jetzt da die Erfahrungen mit reinbringen will, dem Zentrum für interdisziplinäre, Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg und eben, ja, den Städten und so weiter, ja, die jetzt da sich zusammengetan haben und das ist nicht nur klein klein, ja, also das ist nicht nur eine Stadt, die da 500 Leute bedienen will oder so, wie jetzt das in der Schweiz eben auch gewesen ist oder immer noch läuft, eben mit relativ kleinen Probandenzahlen und, ja, überschaubare Anzahl von Städten. Zuerst, dass die Deckung gewagt hat sich jetzt erstmal Wiesbaden. Die haben eine Absichtserklärung offiziell unterzeichnet, dass sie da teilnehmen wollen, dass sie so ein Modellprojekt machen wollen, was jetzt noch kein fertiger Antrag ist bei dieser Behörde beim Landwirtschaftsministerium, aber jetzt komme ich wieder darauf zurück. Diese Initiative will sich wohl an den Forschungsparagrafen wenden sozusagen und es darüber machen. Das heißt, an die zuständige Behörde beim Landwirtschaftsministerium den Antrag auf ein Cannabis-Modellprojekt stellen und wie gesagt, der ist noch nicht fertig, der Antrag einerseits und außerdem ist auch diese zuständige Behörde noch nicht endgültig beschlossen oder bestimmt, soweit wir wissen. Ja, es gab im April ein Anhörungsverfahren dazu, dass das BLE, Bundesinstitut für Landwirtschaft und Ernährung, das machen soll, eben diese Modellprojektanträge prüfen und so weiter. Aber andererseits ist das eine so weit fortgeschrittene Initiative, dass ich schon davon ausgehe, dass das abgesprochen ist, dass das Ministerium davon was weiß. Das haben wir nicht, so ein Riesenprojekt, nicht ohne Koordination und Besprechung mit dem Ministerium gemacht. Zumal das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung, IZIS in Hamburg schon mehrere Aufträge hat im Zusammenhang jetzt von der Ampelregierung mit der Reform. Einerseits vom Verkehrsministerium, die sollen eben gucken, wie sich jetzt das Ganze auf die Unfallzahlen auswirkt oder so ähnlich, jedenfalls auf THC und Straßenverkehr rundherum irgendwie vorher-nachher-mäßig. haben die einen Forschungsauftrag und die haben auch schon mal was gemacht zur Auswirkung der Legalisierung auf Jugendliche und Gesundheit oder so, als es noch darum ging, dass man die EU-Kommission überzeugen wollte. Die haben, und das war fürs BMG, ja, also einmal BMG und einmal BMDV, Bundesministerium für Fortversicht, Datendienstler und Verkehr. Die sind also im Spiel. Die werden auch mit dem Landwirtschaftsministerium gesprochen haben und dazu abgesprochen haben und ich gehe davon aus, das Ministerium damit rechnet, diese Anträge demnächst auf den Tisch zu bekommen und dass die also entsprechend auch dabei sind, tatsächlich jetzt mal dieses BLE fit zu machen dafür, Leute einzustellen vermutlich, die sich damit befassen oder hinzuversetzen, wie auch immer und demnächst dann auch diese Stelle ganz offiziell als zuständig benennen. Ob dann Lauterbach noch ein Gesetz macht oder nicht, ist dann, werden wir sehen, ja, ob das jetzt unbedingt sein muss, ist auch die Frage, ob das überhaupt noch Aussicht hat, auf irgendwie irgendwo anzukommen noch in dieser Legislatur, wäre fraglich und wäre auch nicht so schlimm, wenn eben jetzt nach diesem Forschungsparagrafen halt eben relativ locker von der Hand geht. Da müssen wir nur damit rechnen, wenn es kein Gesetz gibt dazu, dass eben dann eine Märzregierung aufhört, Genehmigungen zu erteilen. Ja, da ist natürlich dann die Gefahr dabei, aber die, die dann bis dahin laufen, laufen halt, die Projekte erstmal. Auf fünf Jahre ist das Ganze angelegt offensichtlich. Und ich habe gesagt, nicht klein, klein, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, weil von Anfang an die Rede war bei diesen Modellprojekten davon, dass alle Einwohner der Stadt oder Region, die da gerade mitmacht, rein dürfen in die Läden. Alle Konsumenten, alle Erwachsene natürlich, die dann in diesen Shops jeweils einkaufen dürfen. Jetzt keine Touristen, aber immerhin alle, die da wohnen. Und das ist eine ganz andere Dimension als die Projekte in der Schweiz, die zahlenmäßig begrenzt sind um ein paar hundert oder vielleicht auch mal wenige tausend Teilnehmer. Und ja, alleine, wenn jetzt Berlin da mitmachen würde, wären wir irgendwie da schon bei hunderttausenden von Leuten, die auf einmal in so einen Laden reingehen können, der da in diesem Modellprojekt teilnimmt. Wobei Berlin jetzt nicht zu erwarten ist. Ja, da komme ich gleich nochmal zu. Berlin ist irgendwie ein Schrotthaufen. Aber andere große Städte können sich daran beteiligen und auch durchaus hohe Zahlen hervorrufen. Bis jetzt, wie gesagt, nur Wiesbaden bekannt. Ihr seid jetzt alle wahrscheinlich total aufgeregt und wollt wissen, ob eure Stadt da vielleicht auch teilnimmt. Ja, da müsst ihr am besten hier den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, welche Städte als nächstes sich da outen und sagen, jawohl, wir sind da mit im Boot. Wir wollen auch mitmachen und wir wollen auch unseren Bürgern Cannabis-Fachgeschäfte zur Verfügung stellen. Ein anderer Punkt, der da noch interessant ist. In manchen Berichten war die Rede davon, dass insbesondere erforscht werden soll, was besser funktioniert. Der Verkauf von Cannabis in Apotheken oder in Fachgeschäften. Und Wiesbaden hat sich explizit beworben, um Cannabis in Apotheken in Wiesbaden vertreiben zu lassen. Also da ist jetzt nicht geplant, dass auch andere Shops da teilnehmen können. In Wiesbaden dann eben nur Apotheke. Ich persönlich halte da überhaupt nichts von. Wann überhaupt diese Frage aufgemacht wird, weil ich finde, dass Genussmittel Cannabis im Gegensatz zu Cannabis-Medizin in Apotheken nichts verloren hat, da man da nicht richtige Beratung dafür kriegt. Und dass die eben auch an ihrem Image kratzen, Medizin und Heilmittel zu verkaufen und nicht irgendwelche Spaßdrogen sozusagen. Und dann müssten die ja folgerichtig logischerweise auch Zigaretten und Schnaps verkaufen oder so in den Apotheken. Und das macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß nicht, was das überhaupt soll, das Ganze. Aber gut, es gibt natürlich auch Interessen, Gruppen und Menschen, die das gut finden, in der Apotheke zu verkaufen. Apotheker selber sagen ja auch, wir haben so wahnsinnig viel Ahnung von Cannabis wegen der Medizinsache. Da können wir jetzt auch super irgendwie den ganzen Kiffernort und Zeug verkaufen. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ein Vorwärtsschritt. Ihr seid auf jeden Fall und geht nicht nur um Apotheken und vielleicht gewinnen die auch die Shops den Vergleich. Wenn ich richtig liege sozusagen, dann werden die auf jeden Fall besser ankommen, besser funktionieren. So, ja, ich glaube, das war jetzt erstmal alles, was da zu sagen ist. Ich habe euch mehrere Artikel dazu verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal nachgucken. Auf jeden Fall eine super Nachricht. Ja, Säule 2 lebt. Sie bewegt sich. Und da ist doch auf jeden Fall noch mit einigem zu rechnen. Und mit ein bisschen Glück klappt das wirklich noch in dieser Legislatur, dass wir zumindest in manchen Städten legale Cannabisabgabe haben. Und jetzt habe ich gesagt, Berlin macht da bestimmt nicht mit, weil Berlin wirklich absolut erbärmliche Show wieder liefert hier in Sachen Cannabis-Politik oder Umsetzung des Cannabis-Gesetzes. Ja, das ist wirklich allerletztes Schlusslicht, was man sich da überhaupt nur vorstellen kann. War ja bis jetzt schon klar, dass Berlin als einziges Bundesland noch keine zuständige Behörde für die Anbauvereine bestimmt hat. Also die Anträge entgegennehmen, die prüfen, die darüber entscheiden eben. Alle anderen Bundesländer haben diese Behörden bestimmt. So weit, so gut. Ja, wissen alle DHV-Zuschauer schon. Und jetzt kam diese Woche aber wieder ganz dicke. Da kam am 14. erstmal die Meldung, dass ein SPD-Abgeordneter jetzt verlangt, dass doch bitte mal schnell irgendwie geklärt werden soll, wer jetzt da das machen soll. Ja, SPD fordert schnelle Entscheidungen vom Senat. Ja, ein Abgeordneter. Richtig. Ja, gut. Finde ich gut, dass die Politik sich da einmischt. Gratuliere an den Abgeordneten. Aber die zuständige Gesundheitssenatorin ist auch von der SPD. Ja, also die müssen auch intern mal Druck machen. Ein bisschen machen die hoffentlich auch auf ihre eigene Senatorin, weil die da das ganze Thema total verbummelt hat. Wo alle anderen halt nach dem Gesetz, nach dem 1.4. als das in Kraft getreten ist, angefangen haben, sich zu überlegen, wer soll das denn machen am Ende und wer ist dafür zuständig, haben die das hier erst irgendwie kurz vor in Kraft treten gemacht, kurz vor dem 1.7. und dann gemerkt, oh, das ist ja kompliziert, das machen wir jetzt irgendwie nicht oder so. Also, unglaublich. Auf jeden Fall, jetzt fordert aus der SPD selber, die SPD-Fraktion selber, dass es schneller geht, 14.8. macht da. Und am gleichen Tag kommt dann auf einmal die Nachricht, die haben sich geeinigt, ja, es gibt jetzt eine Lösung, wer zuständig sein soll, nämlich ein Landesamt für Soziales Blablabla, La GESO heißt das hier, Riesending, und die sollen das machen. Und scheinbar hat sich auch Kai Wegner eingemischt, weil ja, klar, wenn irgendwie alle durcheinander laufen dann irgendwie bei unter den Senatoren, dann muss halt der Oberbos mal sagen, wo es lang geht. Das haben wir anderswo auch schon, wo es funktioniert hat, nämlich in Meck-Pomm, da wollte auch keiner Thema haben, oft sind das ja alles Gegner der ganzen Reform sozusagen und müssen jetzt irgendwie Klubs genehmigen, will keiner von denen machen. In Mecklenburg-Vorpommern war es auch so und hat am Ende auch, der Landwirtschaftsminister war glaube ich, auch SPD von seiner Chefin in Schwesig die Ansage gekriegt, ja, du musst das jetzt machen, wer muss das machen, du bist es. Okay, hat der Typ schlechte Laune gehabt, aber er war es. Und Berlin geht aber natürlich nicht so, wenn der Kai Wegner sagt, du machst das jetzt irgendwie mit dem LaGeso-Amt da, ja, dann heißt das noch lange nicht, dass das auch so ist. Das ist hier nicht so einfach in Berlin. Und dann kam eben nach dieser Meldung von wegen, die haben sich geeinigt, alles tutti, sofort wieder irgendwie die nächsten Nachrichten. Berlin-Streit im Umgang mit Cannabis-Anbau verschärft sich, wird noch schlimmer jetzt irgendwie. Und es gab eine Pressemitteilung von Berlin.de und von einer Staatssekretärin, Ellen-Hass-Dörfer, das, was sich noch nicht geeinigt hat und dass verschiedene Vorschläge diskutiert werden und entweder macht es eben dieses Amt da oder es macht einen Bezirk für alle anderen. Aber das will auch keiner machen, keiner von den Bezirken. Und das ist genau dasselbe Situation wie vorher. Das Machtwort von Kai Wegner ist verschallt. Berlin versinkt weiter im Chaos irgendwie wie immer. Also macht es vielleicht geht auch darum, das Image von Berlin irgendwie aufrecht zu erhalten. Dass man das nicht durcheinander bringt irgendwie. Andererseits glaube ich aber auch, dass denen das peinlich ist, sowohl irgendwie dem Wegner als auch der Gesundheitssenatorin von der SPD, Ina Schiborra. Weil die sich da ja gar nicht mehr äußern jetzt, obwohl die eigentlich zuständig sind. Obwohl man eigentlich erwarten würde, das muss jetzt von oben mal irgendwie gemacht werden, wenn da nichts passiert. Man muss ja entscheiden, was jetzt da los ist. Und dann schicken sie jetzt eine Staatssekretärin vor, Ellen Hassdörfer. Und die muss jetzt irgendwie erklären, dass da eben nichts passiert. Und dass sie sich nicht geeinigt haben. Die sagen, La GESO ist keine gute Lösung, weil dafür ein Gesetz geändert werden muss. Weil im Moment die Zuständigkeiten von dem La GESO gesetzlich festgelegt sind und das Cannabis nicht dazugehört. Und deswegen wird das furchtbar kompliziert und dauert ewig und bla bla. Auf jeden Fall nur Berlin kriegt das nicht geregelt. Ja, wie auch immer. Berlin schafft das irgendwie nicht. Alle anderen schaffen das auch ohne ein Gesetz zu ändern und so weiter. Und naja. Also die Staatssekretärin wird vorgeschickt. Und der letzte Clou dabei ist dann auch noch, dass in der Pressemitteilung drinsteht, an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Zeitfenster von drei Monaten von Antragstellung bis Erteilung der Anbaulizenz um eine Empfehlung des Bundesgesetzgebers handelt. Ja, also es ist Land auf, Land ab, gehen alle davon aus, okay, letztendlich gibt es ja die Drei-Monats-Frist und wenn man einen vollständigen Antrag abgegeben hat, dann müssen die Behörden innerhalb von drei Monaten darüber entscheiden. Ja, das ist immerhin das Druckmittel, was man hat, weil auch in anderen Bundesländern geht es ja nicht furchtbar schnell vorwärts, aber zumindest, wenn alles abgegeben ist, sozusagen, dann tickt irgendwann die Uhr, ja, nach drei Monaten wird entschieden. und das hat auch bis jetzt noch keiner in Frage gestellt, aber hier jetzt, Berlin natürlich doch, von Berlin kann man nicht erwarten, dass die das einfach so machen, wenn da im Gesetz steht, nämlich im Gesetz steht, die zuständige Behörde soll innerhalb von drei Monaten nach Eingang aller Angaben und Nachweise über den Antrag auf Erlaubnis entscheiden. Aber das ist ja nur eine Soll-Regelung, ja, und laut Berlin.de ist das ja auch nur ein Zeitfenster irgendwie, eine Empfehlung irgendwie, ja, das muss man nicht ernst nehmen, wenn man in Berlin ist, dass man das da machen soll, ja, das hat kein anderes Bundesland bis jetzt, soweit ich weiß, gemacht, zu sagen, ja, hier, wir müssen uns da nicht dran halten an diese Frist, wir versuchen das gar nicht erst oder so, ja, oder wenn wir irgendwie zu blöd sind, dann macht das auch nichts. Naja, also es ist wirklich ein totales Desaster hier immer wieder und trotz Chefansage, irgendwie geht es hier nicht vorwärts in Berlin und, ja, da kann man irgendwie nur noch mit dem Händen über dem Kopf zusammenschlagen und das ist ja auch echt ein Problem für die Vereine, die da jetzt irgendwie alles mögliche geplant haben, die vielleicht schon laufende Kosten haben und so weiter, aber sie denken, die sind jetzt ganz kurz vor dem Betrieb sozusagen, vielleicht schon irgendwelche Miete bezahlen oder so und das ist ja so eine ewige Hängepartie, ja, weil Berlin halt Kasperl-Theater ist wie immer, da muss was passieren jetzt, also das geht überhaupt nicht klar, da kommen aber jetzt auch mehr, also nicht nur wir sind da irgendwie uns am Aufregen, sondern auch Presse, ich habe einige Interviews ja auch gemacht in letzter Zeit, habe ich auch am Anfang erwähnt, wo ich das auch immer dazu erwähnt habe, ja, ein mieses Zeichen ist von Berlin aus und das ist jetzt auch Medien auch schon so, ja, von wegen peinliche Geschichte und so weiter, also von daher der Druck steigt und möglicherweise ist das auch nötig bei anderen Bundesländern, ich habe ja gesagt, die haben zwar alle die Behörden bestimmt, aber zum Teil sind die noch gar nicht besetzt, haben noch gar kein Personal, Brandenburg hat zum Beispiel gerade erst noch Stellen ausgeschrieben dafür, da heißt, da kann man auch davon ausgehen, dann liegt da erst mal rum die Anträge. Teilweise ziehen die sich darauf zurück, dass die Präventionsbeauftragten noch keine Schulung gemacht haben, die vorgeschrieben ist, obwohl das Gesetz ausdrücklich erlaubt, die Betriebsgenehmigung schon mal zu erteilen und diese Schulung nachzureichnen, den Nachweis für die Präventionsschulung, wäre überhaupt kein Problem, aber die repressiven Länder holen sich halt darauf aus und sagen, ja, das machen wir dann, wenn alles da ist. oder sie reagieren überhaupt nicht auf irgendwelche Anfragen, weil sie nicht in der Lage sind oder weil sie keine Lust haben oder so, da sind wir noch ein bisschen am Sondieren, welches Bundesland sich wie verhält und wo jetzt genau das Problem liegt und so weiter, aber auch da wird es demnächst mal Zeit sozusagen, da die Probleme genauer zu adressieren und vielleicht auch mal ein bisschen Druck zu machen öffentlich sozusagen, ja, so ein bisschen Zeit zum Zurechtruckeln haben sie es gehabt, jetzt haben wir anderthalb Monate nach im Krafttreten des Gesetzes, jetzt würde Zeit und Niedersachsen zeigt, dass es geht mit acht Genehmigungen, die sie schon erteilt haben, ja, sollen sie mal alle Niedersachsen. Eine kurze Meldung habe ich noch, auch aus Niedersachsen, eine negative, jetzt wieder, oder wie auch immer man das sehen will, vielleicht sehen das auch einige von euch positiv, es geht nämlich um den stark angestiegenen Internethandel mit medizinischem Cannabis beziehungsweise Online-Rezepte, die ja ziemlich einfach im Moment mittlerweile verfügbar sind über Telemedizin-Plattformen, wo man sich anmeldet und da eben seine Wehwehchen angibt und so weiter und dann eben auch ein Rezept kriegen kann. Der Umsatz ist auf jeden Fall deutlich gestiegen in den Apotheken und das, gibt es viele Leute, die sich darüber aufregen, vor allem Engpässen ist auch die Rede, wobei ich davon ausgehe, dass Engpässe sich da relativ schnell wieder regulieren durch steigende Importe, die Produktion weltweit ist eigentlich groß genug, um das aufzufangen, aber das ist natürlich trotzdem ein Aufregerthema, von wegen, es ist jetzt relativ einfach, an so ein Rezept dran zu kommen, das kann man ja nicht machen, das muss man ja irgendwie unterbinden und so, die alte Denke sozusagen immer noch, meine Antwort drauf ist ja, dann lass halt möglichst flächendeckend möglichst schnell Fachgeschäfte einführen, damit die, nur die, die krank sind, wirklich in die Apotheke gehen und die anderen, die aus Spasskannabis haben wollen, eben in den Laden gehen, aber solange das nicht da ist, die denen nicht da sind, ist natürlich der Verdacht immer gegeben, dass da Leute dabei sein könnten, die eben nicht krank sind, wobei das mir eigentlich egal ist, Hauptsache die, die krank sind, kriegen endlich mal Medizin, das war ja bis jetzt immer ein Problem, dass sie überhaupt nicht rangekommen sind und jetzt kommen sie dann, wie auch immer, auf jeden Fall der Gesundheitsminister, von Niedersachsen, Philippi, der, dem ist das Ganze irgendwie ganz böse aufgestoßen und der will jetzt dagegen vorgehen, er erwartet von Berlin, dass die Gesetzeslücke geschlossen wird, sagt er da, obwohl man ja alle möglichen anderen Medikamente auch online per Telemedizin kriegen kann, das ist ja gar keine Gesetzeslücke, sondern ist einfach normal, aber er will jetzt wieder so ein unnormales Cannabis-Gesetz haben, das bei Cannabis eben nicht gehen soll, sozusagen, und da sieht man auch wieder, auch Niedersachsen ist jetzt nicht nur toll, weil die auf einmal jede Menge Genehmigungen raushauen, sondern Niedersachsen war auch eins der Bundesländer, die am meisten gegen das ganze Cannabis-Gesetz gewettert haben, die SPD-Justizministerin zum Beispiel, jetzt eben hier der Gesundheitsminister, SPD, auch der Ministerpräsident Weil in Sachsen, auch SPD, die waren alle gegen das Gesetz, haben alle auch richtig stumm gemacht und die Genehmigungen, die jetzt erteilt werden, gehen zurück auf eine grüne Landwirtschaftsministerin. Ja, da muss man auch immer noch mal auseinanderhalten, ist nicht alles irgendwie nur schwarz und weiß oder zumindest mischten sie auch schwarz und weiß innerhalb einer einzelnen Landesregierung. Jetzt haben wir noch drei Termine, dann habt ihr Ruhe für heute von mir. In Berlin trifft sich die Ortsgruppe am 20.08. In Vierenheim ebenfalls die Ortsgruppe Rhein-Neckar, macht man Ausflug nach Vierenheim und in Düsseldorf ist die Cannafair am 23. bis 25.08. Was haben Sie gesagt? Die größte Hanfmesse in Westdeutschland, so wie es auch den längsten und den dicksten Wasserfall der Welt gibt und den breitesten und den wasserreichsten, ist das auf jeden Fall die größte Hanfmesse im Westen von Deutschland. Nach eigenen Angaben und auf jeden Fall sicherlich eine Reise wert. Wir sind im Handverband dabei mit dem Infostand, Kollege Florian Rister und Ehrenamtler und so weiter. Also auch da, kommt ihr gerne vorbei beim Stand, guckt euch die Messe an, Cannabis Fair, jedenfalls wenn ihr bestdeutsche seid vielleicht, 23. bis 25.08. Das war's. Video liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr erstens mit, wenn wir die nächsten Cannabis Normal Konferenz Sessions online bringen und zweitens, ob eure Stadt ein Modellprojekt machen will. Oder, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen gewuhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020